Musik Hallo und herzlich willkommen zu... Ja, zu was eigentlich? Zu, wie im Titel gelesen, einem Hardcore-Projekt. Genau, was ich hier Hardcore-Explained werde, wie ihr seht, alte Version. Hä? Was ist da los? Ihr werdet das jetzt erfahren. Wir spielen Jogi Box. Und was das ist? Das werdet ihr gleich erfahren, wenn dieser Ladebalken voll ist. Ich hab' ne Chance. Und schon spawnen wir. Wie ihr seht, wir spawnen hier mit Lederrüstung. Jetzt sehen wir sie direkt an. Und, äh, schon mal Ausrüstung und mit nur drei Herzen. Da hier so. Warum? Ähm, ich fang da mal ein bisschen betäuscht zu fangen. Jogi Box ist sowas wie Tech-It. Nur, ähm, ganz schön viel Mods und halt in der Version, wo die ganzen Mods sind. Nur, das ist hier eher nicht so um, ja, bauen Technik. So, mir geht's nur um so Art Adventure. Und desto mehr wir, äh, erkunden, desto mehr Leben bekommen wir und so. Ja, da können wir gleich schauen, was sind das? Ja, gut, Essen. Ist auf jeden Fall mal gut. So, das kommt's. Aha. Keine Sons. In-Game-Fail. Und durch die XP, das ist mehr XP wir halt haben. Ähm, desto mehr Herzen bekommen wir. Und deshalb sag ich euch gleich, dieses Hardcore wird echt... Naja, Hardcore. Weil, ihr müsst mir denken, drei Herzen. Und allein, wenn man irgendwo runterfliegt, bekommt man lebt meist schon ein Herz. Also, so, weiß ich nicht. So, es gibt ja auch, wie steht, schon die ersten neun Mobs, Ratte und so. Krieg mal IS-XP. Uh, scheiße. Scheiße, der hat da gekippt. So. Der muss auch noch sterben. Zeit ist ein Pferd. Oh, man. So, die Hühner und die Schweine auch noch, dann kann ich mir direkt Essen machen. So, nein, das bringt ich jetzt nicht um. Uh, oh, Qualen, 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 Qualen. So. Wie ihr seht, jetzt haben wir für die Sätze zu bekommen in your live. Sie credit by one and is also now fully resplained. Schild. Ja, ich weiß, dass mein Englisches ist. Äh, da habt ihr das hinten nicht gesehen, das ist nicht gut. Egal, so, jetzt bräuchten wir mal ein bisschen Holz. Das wäre doch ganz schön. Das haben wir aber... Und auch da hinten müssen bauen. Oh, das noch ein paar Bäume mehr. So. Und ich sage gleich, diese Let's Play wird nicht lange dauern. Ich sage, ich... Oh, mein Gott. So, diese Let's Play wird nicht lange dauern. Ja. Ja. Aber wer noch woanders hat gemacht, wie ein Tech-It. Da werden wir auch Hardcore machen. Also nicht nur hier. Also ich habe nämlich zum Launch. Da kann ich euch gerne mal ins Tor und drüber zeigen. Und dann ganz, ganz viele verschiedene, äh, äh, Sachen wie Fiete Biest und Tech-It. Und Jogi Box halt. Und ja. So. Drum ist hier kein Sound. Das mag ich nicht. Na egal. So. Das ist Holz. Zack, zack, zack. Ein Sternschwert ist nur das Wichtigste. Und dann... Ofensalte wir uns auch machen. So. Eine Axt wäre auch nicht schlecht. So. Was ist eigentlich das für ein Buch? Aha, die Crafting-Rezepte. Na ja, die werde ich brauchen. Ich bin nicht zu... Es ist interessiert wie die Minecraft-Office-Kanal. Ne, ne. Ich habe Minecraft nicht gespielt, das kann man das essen. So. Das wartet jetzt erstmal. Dabei... Oh. Timber-Mod ist drinnen. Geil. So. Oder ist das... Diese... Tree... Review. Ähm. Eisen. Scheiß Fiep. Eisen. Da wir mal hingehen. Aber ich werde das nicht wieder irgendwie viele Leute. Die muss ich nicht mögen. Scheiß Fiep. Die muss ich nicht mögen. Ähm. Ge... Ge weg da. So. Essen ist messen. Schneller. Schlampe. Hab ich... Hab ich mich grad selbst Schlampe genannt? Ich bin so Genius, ne. So. Warum brauche ich mit Naxx das hier ab? Sinn. Ein bisschen Stein wäre noch cool. Ja. Stein. Abbau. So. Abbau. So. Drei. So. 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 Und sie schief. So. 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 Ehm. Ne. 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 sich die ganze Zeit noch und in Hardcore ich werde mein Bestes geben die Bündnis so brenn wie immer die guten Text die Schaufel dann und zwischen kurz warten bis es fertig ist ja danke so mitnehmen so ein bisschen Holz noch mitnehmen dass ich in der Wohnung kommt zack dem Holz weil ich das jetzt hier in einem wachsten Kriege hier ist es anders nennen wir sehen da ihr kriegt man auch aus allen Birkenholz aus so ist er aus die Tür und sind dann zum Tor also ich kenne mich hier in der Boxen gut aus und ich will es sich nicht fassbar jetzt bauen wir uns rüber Katze Prozent ich habe um müssen wir hin irgendwie wir setzen so Tom ist hin das heißt was ich bin ein bisschen noch und dort welchen gut viel eisen ich glaube erstmals haben vielleicht sogar schon geschafft an der gestoppt geschehen gut und das war hier ist nichts schön gut für mich so dieses ab ab das ist ein bisschen zeug machen und so das ist natürlich und es ist für sie für sie uns noch alles machen können es ist also jetzt als Schwert ein bisschen was haben wir schon ich würde noch ein bisschen mehr fahren da werde ich auch dann eine time ellipse rein machen so jetzt muss ich da hoch ist es da weh? hoffen wir mal nicht das war jetzt so klar das war Bis zum nächsten Mal.